Faktor Bewegung. Wer rastet, der rostet. Job, Überstunden, Familie, Verpflichtungen. Jetzt mal ganz ehrlich, wer kann wirklich seinen Schweinehund überwinden, findet Zeit ins Fitnessstudio zu gehen. Aber ganz einfach, Bewegung in den Alltag integrieren. Arbeitswege nutzen oder Treppen steigen oder jonglieren. Bewegung ist einer der zentralen Faktoren, um Körper, Seele und Geist fit zu halten. Vital und fit in sieben Wochen. Wie das geht, verrate ich dir in meinem neuen Ratgeber. Die Jungbrunnenformel, das Praxisbuch.